Klingt auch doof, du bist halt Aufsteiger, aber gerade gegen Schalke wäre es halt irgendwie dermaßen peinlich. Und ein Moinzen zum Vorbericht zu unserem Spiele Samstag 15.30 gegen Schalke 04, quasi der zweite Vorbericht. Gab er gestern schon in zwei Videos mit dem guten K-Sieger, dann nochmal reinziehen die beiden Dinger und dann legen wir mit der Gegneranalyse los. Und ja, zur Gegneranalyse, also ich glaube, es sollte mittlerweile allen bekannt sein, dass Schalke eine historisch schlechte Saison spielt. Auch der Spitzname der Knappen ist finanziell auch richtig mit dem Riesenberg an Schulden. Schalke steigt höchstwahrscheinlich ab, so muss man es halt leider einfach sagen. 18. Platz mit 9 Punkten, 10 Punkte mit Torverhältnis eingerechnet, Abstand auf den vielleicht ja rettenden 16. Platz. Also da ist einiges an Abstand und könnten tatsächlich einer der schlechtesten Absteiger aller Zeiten werden. Also wir hatten Tasmania, hatten wir die Connection mit Schalke immer, die sind damals schon mal mit 10 Punkten abgestiegen. Und es gab noch vier weitere Klubs, die bisher überhaupt jemals unter 20 Punkte in einer Saison gesammelt haben. Also ganz, ganz krass. 9 Punkte nach 22 Spielen, schon auf dem dritten Trainer und einige VfB-Vergangenheiten. Sie hatten einen Reschke, der jetzt weg ist. Schneider ist noch da, aber würde im Sommer auch weg sein. Großer bei uns auch schon mal Trainer, würde aber im Sommer sehr wahrscheinlich auch weg sein, gehe ich mal davon aus. Und den guten Herr Wittmeier haben sie auch noch im Trainerstab, der ja auch noch recht, ja quasi recht vor kurzem noch bei uns war. Aber genau. Und dazu Keeper, da die, da kommen wir auch gleich drauf zu sprechen, eine riesen Verletzungsmisere haben. Also laut Transfermarkt.de haben die zehn Verletzte aktuell. Weitere Mittel, die einfach nur gegen Schalke sprechen, leider aktuell. Das ist der Wahnsinn, was bei denen gerade abgeht. Deswegen wird im Tor wahrscheinlich der gute Langer spielen, der bei uns ja auch in der Vergangenheit mal zweiter, mal dritter Keeper war, glaube ich. Und für uns in der Saison 26, 27, also der Meisterschaftssaison, wenn ich es alles richtig im Kopf habe, mal ein Spiel gemacht hat in der Bundesliga. Genau. Für die Schalker stehen wir an im nächsten Programm. Danach kommen die Mainzer und danach kommt Wolfsburg auswärts. Da wird es wieder ein bisschen härter. Aber, um ein bisschen Positivität hier reinzubringen, hatte ich auch bei Kesti schon gesagt in den Videos, wenn die jetzt, was wir natürlich nicht wollen, klar als VfB-Fans, aber wenn die jetzt gegen uns gewinnen und dann gegen Mainz auch gewinnen, vier, fünf, sechs Punkte Spiele haben die noch. Die könnten so Spiele wie Köln, Bielefeld und so weiter, das kommt alles noch. Also von dem her, Punkte wären noch da. Rechnerisch ist noch nicht durch, aber es sieht sehr, sehr duschter aus in Gelsenkirchen. Was aber, zumindest in der näheren Vergangenheit, für die Schalker spricht, sind die letzten direkten Duelle. Denn da konnten sie die letzten vier Heimspiele oder für die Schalker Aussatzspiele bei uns alle gewinnen. Und wir natürlich dadurch alle verloren. Letzter Heimsieg gegen die Schalker war 2014. Aber davor waren wir statistisch gesehen gegen Schalke zu Hause immer recht ordentlich dabei. Aber die nähere Vergangenheit lief eher für Schalke gut, wenn sie bei uns auswärts angereist sind. Also da so ein kleiner statistischer Vorteil, den wir noch im Spiel gegen Köln selber für uns hatten. Tabellensituation hatte ich ja eben kurz schon ein bisschen angesprochen, eine Gegneranalyse. Wir haben 20 Punkte Unterschied zwischen Schalke und Stuttgart. Wir haben 29 Punkte gesammelt, die Schalker 9. Sind noch 8 Plätze Unterschied, 10. gegen 8. 10. heißt das Duell offiziell am Samstag. Und auch irgendwo quasi Überraschung gegen Überraschung, ne? Positiv gegen negativ. So wie ich meinen Titel auch hatte mit dem K-Stick, quasi Klassenerhalt gegen Abstieg, Fragezeichen. Weil es ja wirklich quasi zwei Überraschungsteams sind. Bei uns im positiven Sinne und die Schalker halt wirklich im absoluten negativen Sinne. Die brauchen Punkte, wie nur geht, wo nur geht. Also egal wie. Man muss natürlich immer die Dreier mitnehmen, aber Hauptsache irgendwie mal wieder Erfolgserlebnisse. Das brauchen die Schalker. Bei einem Sieg bei uns ist es nämlich ganz genau andersrum. Wir könnten quasi alles sicher machen. Wenn wir gewinnen, haben wir 32 Punkte. Wenn wir nur einen Punkt holen, sondern bei 30 Punkten. Und klar, meine Rechnung in einem Torverhältnis gibt uns quasi auch immer nochmal einen Punkt drüber, weil wir im Vergleich zu denen unter uns ein deutlich besseres Torverhältnis haben. Aber das würde für mich eigentlich bedeuten, dass wir durch sind. Weil ob jetzt mit 30, 31, 32 Punkten, das wird mindestens für Platz 15 reichen diese Saison. Also für den Klassenerhalt, ganz simpel. Wir sind nämlich tatsächlich minimal vom Abstand, tatsächlich näher dran als Europa, als ein Abstiegsring. Das dürfen wir so natürlich weiterführen. Und da wären natürlich die drei Punkte gegen Schalke. Vor allem, weil es danach eine Phase kommt mit Frankfurt, Hoffenheim und dann kommen die Bayern und Dortmund und so weiter. Wäre das natürlich wichtig, jetzt schon das Ding zuzumachen. Und gegen Schalke bietet sich, glaube ich, die Möglichkeit wie sonst wo nirgends. Habe es ja auch schon in meiner Vorrechnung oft gehabt. Punkt Berlin, abgehakt. Sieg Köln, abgehakt. Jetzt noch Sieg Schalke und dann sind wir zum Anfang vom März durch mit der Saison und haben die Klassenerhalt schon sehr, sehr frühzeitig quasi sicher. Und kommen wir zum Startelf-Tipp. Und der wurde quasi noch minimal verändert, aber wahrscheinlich eher in die Richtung von 100% akkurat verändert. Da nämlich Förster reinrutschen wird bei mir, da wollte ich noch Tommy stehen. Ist ja immer so ein Mix, ein bisschen aus Hoffnung und quasi 100% richtiger Startelf-Prognose hier. Weil Tommy und Kodibali kamen eben erst bei der PK, kommen wir erst auf Twitter lesen, fallen vorerst aus. Tommy hat, glaube ich, was mit der Hüfte und bei Kodibali war es mal was mit dem Knie. Genau, deswegen wird da ziemlich wahrscheinlich Förster reinhüpfen und der Rest wird genauso bleiben, gehe ich mal davon aus. Außer, mal sehen, vielleicht bei dem Spiel noch nicht, aber vielleicht mal später. Aber bringt da ein paar mehr noch Junge und noch quasi einfach Leute rein, die noch nicht so viel Bundesliga gespielt haben. Vielleicht bekommt auch mal ein Al-Gadoui nochmal seine Chance. Ein paar Minuten wäre ihm ja zu gönnen. Kam ja erst der Artikel raus von wegen Maklika. Ist ja, glaube ich, Wolf und Sanko dürfen mittrainieren bei den Profis. Dazu haben wir auch Leute in der Hinterhand, wie ein Cissé und Ahamada. Vielleicht kriegen die ja alle mal ein paar mehr Bundesliga-Minuten, wenn dann irgendwann, sollte, glaube ich, auch den VfB-Leuten klar sein, wenn du irgendwann 32 Punkte hast irgendwie und immer noch 10, 11 Spieltage zu spielen hast, du wirst ja nicht komplett aufhören zu punkten. Dann sollte die Saison recht entspannt runterzuspielen sein, in Sachen Klassenerhalt. Und vielleicht kriegen dann ein paar mehr noch jüngere Hüpfer oder noch unerfahrenere Hüpfer, als wir sowieso schon auf dem Platz haben, auch noch mal ein paar mehr Bundesliga-Einsätze. Und dann zum Ende hin noch natürlich die Prognose. Könnt ihr auch wieder voten im Community-Tab. Sieg Niederlage unschieben und natürlich gerne auch ein bisschen begründeter oder noch genaueres Ergebnis unter den Posts oder jetzt unter das Video hier drunter schreiben. Ja, wird ein Zerr-Kick. Wird ähnlich wie Köln und Mainz auch. Aber da, wie auch gegen die, ganz klar, wird scheiße, aber Hauptsache Gewinn. So, ganz simpel ist es. Klingt auch doof, du bist halt Aufsteiger. Aber gerade gegen Schalke wäre es halt irgendwie dermaßen peinlich, wenn du es, ja, natürlich verlierst. Noch peinlich, aber keine Ahnung. Alle erwarten von dir, dass du es halt gewinnst, gegen Schalke. So, deswegen am besten in Führung gehen. Natürlich noch lieber früh in Führung gehen. Das hat man gesehen bei den Schalkern. Das tut denen weh. Aber nur, wenn du gegen die in Führung gehst, dann ist das Spiel meistens fast erledigt. Deswegen gebe ich hier mal recht, ja, positiv und einfach wirklich genau wie gegen Mainz auf einen 2-0-Erfolg gegen die Schalker. Und dann, wie gesagt, haut mir gerne die Meinung zum Spiel in die Kommentare, unter dem Post und so weiter und so fort. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.